Ich kann's nicht los. Fehler. Hast du auch zufrieden, derzeit? Hast du gar nicht? Doch. Ja, du. Du tritt ja nicht. Das ist aber entspannt. Wenn du den Kopf so nach hinten lehnst, das ist wie schlafen. Mach doch mal so, Sarah. Guck mal, da sind die Alpen, Sarah. Oder irgendwelche Berge. Ich glaube, es geht runter. Es geht jetzt runter? Es geht runter. Es geht runter. Es geht runter. Es geht runter. Wee! 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 Heute gab es sogar ein Foto für uns. Sollen wir noch mal hinten fahren? Ja, du, 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 du. Untertitelung des ZDF, 2020